Nenlein, kann es sein, dass du irgendwie geübt hast? Nenlein, hast du geübt oder was ist mit dir los? Du kannst das Spiel irgendwie... Nein! Fein! Ja, so kann man das auch gewinnen. Ich gucke dann zu und trete dann noch ein Zwergi runter. Ja, spitze. Töte Nenlein, Töte Nenlein, Töte Nenlein, Prof, Töte Nenlein. Oh nein, die... Prof, Prof. Nice. Oh, schade, da wäre gerade eine schwarze Lochkanone gekommen. Haha. Haha. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ebenso. Ich weiß, ich sehe es. Aber zu mir kommt keine Waffe. Ich habe hier keine Waffe. Ich muss gerade sehr aufpassen, dass ich nicht schon wieder aus der Seen aus dem Bildrand rausspringe. Ja, ich ebenso. Das ist mir jetzt nämlich schon zweitens passiert. Oh, da kommt eine Kiste geflogen. Oh, was haben wir denn da? Ach, verdammt. Nein. Ich lebe noch. Die Waffe habe ich nicht bekommen, aber ich lebe noch. Ah. Weck da. Weck da drauf. Mein Feld. Ah. Ich will übernehmen. Nice. Äh, was? Ne. Was? Modi hat es geschafft. Äh, Prof hat es geschafft. Ja. Und jetzt... Ah. Verdammt. Was passiert? Auf, Nini. Ah. Nein. Ich weiß weder, aber es passiert. Ich verstecke mich hier. Verdammt. Ich verstecke mich hier und versuche zu übernehmen. Ich habe noch acht Punkte, ich habe immer noch acht Punkte. Topf, würde ich sagen. Der Gewinner heißt Zwerggy. Oh nein. Ah. Ich gucke mir den Sonnenuntergang an. Ah. Lust, Töten, Nini. Das ist, wer ich hier bin. Nein. Oh. 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 Wie geht das überhaupt? Keine Ahnung. Oh. Das war die Spitze. Oh. Oh. Wie geht das, dass ich noch so wenig Punkte habe? Oh. 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 Eskaliert doch nur. Oh. Ich bin gar nicht blau. Scheiße. Warum bin ich nicht blau? Warum bin ich nicht blau? Keine Ahnung. So bin ich hier tatsächlich gesunken. Ich scheiße, ich verstecke den Bruch. Verdammt. Jetzt nicht mehr. Oh nein. Nini hat mich getötet. Verdammt. Oh. Es macht langsam keinen Spaß mehr, mit dir zu spielen, Nini. Was ist jetzt jemand? Ja. Endlich. Oh. Oh. Nein. Nein. Nein, nein. Es macht keinen Spaß mehr, mit dir zu spielen. Mein Speer ist immer noch da. Es ist, es ist, dieses Spiel macht keinen Spaß mehr, mit dir, Nini. Es ist... Oh, tut mir leid. Es ist... Oh, was? Das macht keinen Spaß. Na, für den nächsten Mal spielen wir einfach Stärke gewinnt. Ich gewinne niemals. Was ist das? Die Schrote hat mich jetzt eben erbüßt, denk. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, verstecken. Verstecken, verstecken, verstecken. Hierbleiben. Modi. Modi, du musst dich hier... Oh, verdammt. Ich bin tot. Ich bin grad... Ich hab dich doch nicht gemacht. Ich hab dich in den Lichtsalen geschlagen. Ich hab mich versucht zu verstecken. Ich hab dich da reingeschlagen. Das ist viel schlimmer. Ach, kacke. Ich bin tot. Toll. Verdammt. Die Map ist scheiße. Die auch. Das weißt du noch nicht. Oh Gott. Ja, die Map ist scheiße. Ja, ich bin weg. Ich scheiße. Ja. Nice. Oh, ein Bossfight. Okay. Bossfight. Diesmal jemand anderes. Nicht einander angreifen. Diesmal darf jemand anderes. Ich hab schon mal die Waffe. Ich hab auch eine Waffe. Bossfight. Wir attackieren nur den Boss. Ich versuch's. Versuch's. Na. Der Boss ist rot. Na komm. Na komm. Na komm. Nie leidend ist der Boss. Nie leidend ist der Boss. Aber kein guter Boss, ey. Na komm. Er schafft das. Er ist tot. Ich bin Löber. Ja, verdammt. Ach, dreckig. Das war mies. Das war mies. Wir haben nie nie als Bross erledigt. Ja. 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 Oh, what the flake. Nein. Ich hab schon. Wow, 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 wow. Ah, 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 ah. In diesem Spiel lernt man seine Teamkommabandschrasse. Ja. Was? Ja. Ich seh's nur mal als als persönliches Achievement, wenn ich Nini töte. Ah, ah, ah. Wandsprung. Wandsprung. Es funktioniert irgendwie nicht so ganz. In dem Wandsprung. Wo bin ich denn abgeblieben? Das funktioniert nicht. Ich bin immer noch an diesem Wand. Ich bin immer noch an dieser Wand. Ja, fast. Ich werde von der Map getötet. So könnte ich auch überleben, wenn ich hier an dieser Wand hänge. Ich werde einfach an dieser Wand hängen. Ich glaube, ich werde überleben, weil ich in der Wand hänge. Nein. Ja. Nicht mehr, nicht mehr. Oh, oh, oh. Ich, nein. Nein. Ja. Was? Ich hab gewonnen. Wir hätten jetzt gewonnen. Ich. Aber ich hab am nächsten überlebt. Nein, ich. Ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Verdammt. Das war krass. Wollen wir mal ein anderes Spiel spielen? Euch war das Stimme vorgeschlagen? Nee, ich bin mir nicht. Ich verliere dauernds nur. Ich will mal gewinnen. Ich will mal gewinnen. Spielen wir beim nächsten Mal einfach. Keine Ahnung. Mario Party DS. Ja. Spielen wir beim nächsten Mal wieder Stadtlandfluss. Oder wie wär's, wenn wir einfach beim nächsten Mal Bingo spielen? Ich hab mich nur hingesetzt. Bingo. Mann, ich hab auch die falsche Figur geschaut. Wir können ja mal Tabletop Simulator spielen. Mensch, erinnere dich nicht. Das hab ich dir sogar gekauft. Also bitte. Wäre eine Möglichkeit, zumal ich da sogar in VR noch drin rumhamplikern. Ja. Da gibt's ja Mensch, erinnere dich nicht. Da würde ich gerne mal Mensch, erinnere dich spielen. Alles, alles. Wir können von hier aus auch eine Runde, keine Ahnung. Ja. Äh. Oh no. Ja, wir können eine Runde Odo spielen, oder? Oh. Ach nee, Mensch, erinnere dich nicht. Das ist so. Wir machen einfach Monopoly. Oh Gott, nein. Oh nee, das dauert ewig. Das kriegen wir nicht in der Stunde hin. Dann teilen wir es eben auf mehrere Stunden auf. Nee. Monopoly ist scheiße. Wow, 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 wow. Er ist reinget. Nein. Ich lebe noch. Nein, nein, nein. Ah, ich lebe auch nicht mehr. Der Prof steht da die ganze Zeit oben. Das wollte ich auch. Der Sack steht da die ganze Zeit oben. Ein Stück nicht. Ha. Ich lebe noch. Ja, er lebe noch. Nicht mehr. Kommt noch. Ich habe die bessere Überlebenschance. Ich habe die Schottgang. Nicht mehr lange. Er ist hoch. Sag ich doch, ich habe mich einfach hochgeschossen. Warum habe ich immer noch 9 Punkte? Warum habe ich immer noch 9 Punkte und eine andere schon 20? Weil du 9 Mal gewonnen hast. Nein, nicht der Flammenwerfer. Ach, ich habe den. Yay. Ach, Dreck. Ach, ich habe den. Was? Ich war ab, ja. Bitte entschuldig. Ups. Das war dumm. Ja, das war dumm. Ich bin tot. Ach, Mann. Schnell hinein. Ich habe nichts gemacht. Ich bin da jetzt nur. Ja, ja. Du hast nichts gemacht. Alles klar. Ich erkläre Nenlern jetzt für alles als Schuld. Nenlern ist schuld am dritten Weltkrieg. Nenlern ist schuld an einer Erd-Erwärmung. Nenlern ist schuld. Ja. Nun vorhin kann Nenlern noch schuld sein. Oh. Oh. Schade, eigentlich wollte ich den Dolch. Ja, sag ich doch. Besser will man einfach. Ja. Ich habe aber vergessen, wie man Waffen wechseln heißt, also. F. Oh. Oh, wieder der Bossfight. Juhu. Preziehungsweise diesmal ein anderer Bossfight. Alle gegen den Boss. Nicht aufeinander schießen, nur den Boss. Los, Modi besiegen. Alle Modi besiegen. Modi ist der Boss. Wir kriegen dich, Modi. Das glaube ich gern. Ich will wenigstens dich. Das wird nix. Schade. Ich bin tot. Verdammt. Nenlern schon wieder. Warum ist das Boss so dermaßen schwach? Ich bin grad durch den Boden geschossen worden. Oh, das war's. Ja. Nice. Mein 10er Punkt. Wurde auf Zeit. Okay, hier kommen die Schlangen. Endlich zweistellig. Endlich zweistellig. Ich bring mich auf. Ich krieg dich, Prof. Nice. Endlich wird's bei mir. Das wird explodieren. Vielleicht wird's jetzt mal was bei mir. Vielleicht gewinn ich jetzt sogar ein paar Mal. Nein, ich glaube nicht. Wir sind beide auf den Stacheln gegangen. Gratulation. Nee, nee. Das ist ein Geschenk. Ich muss das Geschenk holen. Vor allem muss ich überleben. Ich hab'n Speer. Die stärkste auf meinem Spiel. Siehst du die stärkste Waffe auf dem Spiel? Ich hab' gewonnen. Mit dem Speer hab' ich gewonnen. So kann man's auch ausdrücken, ja. Uff! Wo hast du mich hingeschossen? Das ist ein Geschenk. Hat mir nichts gebracht. Hat mir nichts gebracht. Ich wurde gelasert. Ich weiß, ich hab' den Laser. Ja. Erst hab' ich dich hochgeschossen, dann hast du mich gelasert. Ja, ich hab' den Laser tatsächlich. Ja. Ich kann ihn einigermaßen kontrollieren. Aber das bringt dir nix. Einigermaßen! Das bringt dir nix, weil die anderen woanders sind. Apropos, woanders. Doch, ich kann mich selbst nicht hinlegen. Ja. Los, Prof, bring's um. Los, ich versuch's. Nice. Oh, 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 oh. Ich bin raus im Bild gelaufen. Verdammt. Ich dachte, ich werde gelbe. Scheiße. Ich auch. Ich dachte, ich werde gelbe. Ich bin einfach vor der Kugel stehen geblieben. Ich hab' sogar recht gehabt. Ich bin einfach stehen geblieben. Ich bin einfach eine der Kugel stehen geblieben. Nicht die Nini! Nicht die Nini! Ich bin grün. Ich bin immer noch grün. Ah, ich hab' mein Speer. Toll! Okay, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hup. Ich komm zu dir, Mordi. Guck mal. Zweifel dich. Ist aber so. Okay. Yay. Hey. Ich bin hier drüben. Neninein. Neninein. Zu wergi du musst das schaffen. Äh. Ich geb mir ihm beste Mühe. Aber ich glaub das wird praktisch. Oh mein Gott. Es ist an der vorbeifliehende Waffe abgeprallt. Verdammt. 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 Nein. Neninein hat ne Waffe. Sie hat ne Waffe. Verdammt. Sie hat mich gezöktet. Neninein. Rache. Raches Blutbrust. Nein, sie geht noch. 30 Punkte für Ninlane. Alle gegen Ninlane. Alle gegen Ninni. Alle gegen Rot. Ich versuch's ja! Verdammt! Ich geh nicht in die Schlangengrube. Ich auch nicht. Du hast mich tot da reingeschossen. Irgendeiner lebt noch. Ah, der Prof lebt noch. Der Prof lebt noch. Verdammt! Ich weiß nicht, ob ich lebe. Ich kann's auch nicht testen, weil so viele Schlangen an mir sind. Ich bleib jetzt hier. Nee, ich lebe nicht mehr. Schade. Nee, nur noch der Prof und ich. Ich lebe jetzt hier. Das ist ein Kampf zwischen uns beiden. Das ist ein Kampf zwischen uns beiden. Ach, verdammt. War aber knapp. Der scheiß Cheater. Oh, wo springt meine hin? Ich hab... ...fliegen vor drin. Ich hab' ein Speer. Ich hab' noch meinen Kistenstapel. Ah! 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 Wie lange wollen wir das noch spielen? Wie lange wollen wir das machen? Weiß nicht. Halbe Stunde hätten wir. Oh! Dankeschön! Bis wir das Spiel durchgespielt haben. Weil wir spielen das im New Random Apps, also... Waaaaaah! Airhorn.v... W-A-V. W-A-V. Das musst du einfach einblenden. Das musst du immer einblenden, Vince. Wer ist jetzt dran? Ich. Ich bin jetzt mal dran. Okidoki. Ok, wir sind bereit. Sofort tot. Ah, verdammt. Ich bin sofort tot. Ich hab' den Elbhaus in den Theater. Ne! Ja! Ich töt' Euch. Oder auch nicht. Das ging schnell. Töt's dir nicht, schnell! Das ging schnell. Ich hasse dieses Spiel. Weißt du das Spiel? Oh Gott, nicht der! Nein! Das Spiel spielen wir aber nicht nochmal. Schräg... Schrägfliegende Blöcke und ich bin raus. das spiel spielen wir nicht noch mal eigentlich hat er keine schrecklichen blöcke definitiv nicht bei mir ist gerade einer diagonal geflogen das unterteile ich dann einfach in zehn minuten sonst hätte ich dann einfach in 14 minuten aufs und dann hat sich das haben wir das dann müssen wir das nicht normal spielen die volle stunde ich mache das sind ich habe ich diese scheiß düsen für mich benutzt ich besiege ich weiß was werden moduliert werden das übernehmen können die scheiß schütteln diese scheiß schütteln nein nix da modi verdammt ich habe dich erledigt ich weiß ich habe den sperr damit bist du unbesiegbar mit dem sperr der sperr wieder getan was er tut geschenk was sie tun was sie tun das glaube ich nicht ich lebe ich nicht mehr ist ganz unterhaltsam ich zuzuschauen verdammt dass ich die waffen bekomme habe ich jetzt nicht erwartet das war nicht die waffe ich hab nur verkackt zu springen darum sind die waffen verdammt modi aber ein bisschen zu toll ich habe immer noch zwölf punkte ich bin immer noch weit unter euch nein soweit auch nicht nein das ist immer noch die beste ich bin immer in der vorletzte schön für dich ja das sind nur 15 punkte abstand ja nur 16 punkte abstand ok wer macht boss weiß nicht ich nicht ich mach ich bin schon tot das ist auch neu gut ich schau da mal zu viel spaß euch ich gieße mir dann mal ein bisschen was ein ich trinke dann ein schlückchen sich und ich werde Spaß der Trotzkampf ist eindeutig härter auf 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 auf